Mauriz Hirsch ist ein deutscher Fußballspieler. Seit 2014 steht er bei Hannover 96 unter Vertrag und ist seit 2016 an die SPVGG Gräuter Fürth ausgeliehen. Karriere Aufgewachsen im Mannheimer Stadtteil Neckarau begann Hirsch beim heimischen TSV mit dem Fußballspielen. Nach zwei Jahren schloss er sich dem SV Waldhof Mannheim an, für den er von der F bis zur C-Jugend spielte. Danach wechselte er in die Jugendabteilung der TSG 1899 Hoffenheim. Mit deren A-Junioren gewann er 2010 den DFB-Pokal. Von 2012 bis 2014 spielte er für die Hoffenheimer Reservemannschaft in der Regionalliga Süd. Zur Saison 2014-15 wechselte er zum Bundesligisten Hannover 96, für den er am 25. Oktober 2014 gegen Borussia Dortmund debütierte. Um Spielpraxis zu erhalten, wurde Hirsch in der Rückrunde der Saison 2015-16 an den Zweitligisten SPVGG Gräuter Fürth verliehen. Untertitelung des Zweitligisten SPVGG! fuerte Zeitung des Zweitligisten SPVGG!